Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handele 60 Sekunden und mein Stop Trade beträgt 2.000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien. Im MetaTrader 5 unter Berücksichtigung meine Indikatoren. Im MetaTrader 5 und den Tagesnews. US-Dollar, Yen. Sieht ganz gut aus. Diese Zeit ist es nicht mehr so leicht, ordentliche Einstiege zu finden. US-Dollar, Yen. Steige ich ein. Gegebenenfalls nochmal. Bis Ende des Jahres kannst du dich noch für mein Privat-Einzelcoaching 10k pro Monat bewerben. Im nächsten Jahr gebe ich keine Kurse mehr, da ich aufhöre. Sieht gut aus. Sollte eigentlich nichts mehr anbrennen um diese Zeit. Ich hoffe, dass ich noch schnell einen Trade finde. Euro, Euro, Britisch, Pfund. Okay, hier steige ich nochmal ein. So viel wollte ich eigentlich nicht setzen. Sollte der ja im Verlust landen, dann müsste ich nochmal, also zweimal mit dem gleichen Betrag rein. Aber aktuell sieht es nicht so aus. Gehe doch nochmal runter. Knapp gewonnen. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios.